Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, wie man mit Environment-Variablen umgehen kann. Environment-Variablen sind sehr hilfreich, denn damit kann ich aus meiner App sensible Informationen raushalten, wie zum Beispiel Passwörter oder sowas. Die muss ich dann einfach nur beim Starten eingeben, beziehungsweise vielleicht sogar in einer Konfigurationsdatei speichern und dort dann auslesen mit Bash und dann erst beim Starten eingeben oder zumindest in meiner Docker-File. Wenn ihr aber eure Docker-File zum Beispiel auf Docker-Hub hochladen wollt, dann ist natürlich relativ schlecht, wenn ihr da private Passwörter drin habt. Sprich, ihr solltet mit Environment-Variablen arbeiten und das ist das, was wir heute machen wollen. Okay, also, wie gesagt, das Ganze ist hier für öffentliche Dateien gedacht, deswegen sagen wir hier einfach mal, okay, wir müssen quasi alles kapseln, was irgendwie wirklich privat ist, zum Beispiel Passwörter. In unserem Fall ist es jetzt hier einfach eine sehr simple App, die einfach noch hier ein Hello und nicht nur World drin hat, sondern die Environment-Variable Name ausliest, also groß geschrieben N-A-M-E. Und falls diese nicht gefunden wird, einfach World einsetzt. Das heißt, wenn keine Environment-Variable mit dem Namen Name gefunden wurde, dann wird World eingesetzt. Das sagt unsere Flask-Hub. Die Docker-File habe ich noch nicht verändert, die machen wir gleich zusammen. So, jetzt bilden wir das erstmal wieder. So, ist geschehen und starten das Ganze natürlich auch wieder. Wunderbar, ich habe es mal nicht im Detached-Mode gemacht, dann sehen wir hier gleich alles, wir brauchen ja gerade nicht detached zu arbeiten. Zum Testen ist das sowieso eigentlich angenehmer, wenn man nicht detached ist. Und ja, dann gehen wir zum Localhost und wir wählen das an, sehen hier Hello World. Das heißt, offensichtlich ist keine Environment-Variable jemals hier gesetzt worden. Okay, ist ja völlig in Ordnung. So, jetzt haben wir aber die Möglichkeit natürlich Environment-Variablen zu setzen. Und das tun wir zum Beispiel, eins davon ist in der Docker-File. Achtung, die Docker-File, wenn ihr die auf Docker-Hub pusht, ist die natürlich öffentlich verfügbar. Das heißt, da sollten keine Passwörter drin stehen. Die sollten nur beim Starten angegeben werden, was wir als letztes machen wollen. Aber man kann natürlich auch hier Environment-Variablen setzen, denn die sind wunderbar zu konfigurieren. Man kann ja einfach sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel einzelne Dinge ändern. Zum Beispiel IP-Adressen oder sowas sind hier wunderbar verfügbar. Das heißt, ich setze jetzt hier einfach meinen Namen über Enf, über den Befehl Enf, setze ich meinen Environment-Variablen-Name auf den Wert Foo. Ja, Foo, okay. So, Speicher nicht vergessen und dann geht es ans Neubilden. So, wenn alles richtig gelaufen ist, seht ihr hier den Step 6 von 7, Enf, Name, Foo. Okay, das solltet ihr sehen. Das ist beim Build tatsächlich mit inbegriffen. Und ja, anschließend können wir hier tatsächlich das ganze Ding wieder mal ausführen. Ähm, wo ist es hier? Port 80 wird hier auf 80 gemappt. Und wir sehen, dass wir hier, wenn wir Localhost anwählen, bam, wir sehen HelloFoo. Das heißt, World wird nicht mehr ausgegeben, weil offensichtlich hat unser Python-Skript ja jetzt hier eine Variable gefunden. Das heißt, es muss nicht den Standardwert nehmen, den wir hier hinten dran haben, sondern kann tatsächlich die echte Environment-Variable mit dem Namen Namen nehmen. Cool. Jetzt ist allerdings das nur eine von zwei Optionen, wie ihr Environment-Variablen definieren könnt. Und die bessere, die zweite Variante, ist beim Start des Containers. Achtet darauf, ich verändere die Docker-Datei überhaupt nicht, ja. Da steht trotzdem noch der Name für diese Environment-Variable drin. Also hier steht immer noch Enf, Name, Foo, ja. Ich kann aber trotzdem hier als Parameter minus E angeben und kann dann sagen, okay, ich hätte ganz gerne meine Variable, äh, Name auf FooBar gesetzt, ja. Und dieses Ding ist jetzt hier tatsächlich nur in meiner Command-Line drin. Das ist nur in diesem Container so, okay. Zu den Vorteilen komme ich gleich nochmal. Wir schauen uns das ganz kurz erstmal an. Wir sehen hier, jetzt wird FooBar ausgegeben. Das heißt, die Environment-Variable aus unserer Docker-File wurde überschrieben. Okay, das hat mehrere Vorteile. A, ihr könnt jetzt in jedem Container andere Environment-Variable nehmen. Das heißt, ich kann diesen Container hier jetzt nochmal starten. Also ich bin gerade kurz in den Detached-Mode gegangen. Ich kann diesen Container einfach nochmal auf Port 800 zum Beispiel starten und hier, ähm, FooBuds eingeben. Ja, ne, machen wir was, machen wir was Exotischeres. Ähm, Outer Space. So. Okay. Ähm, wir sind hier auf, also wir können hier immer noch den Localhost anwählen und da passiert immer noch genau dasselbe. Wir haben jetzt aber zwei Container am Laufen und einer läuft auf Port 800 und hier sehen wir Hello Outer Space. Und das heißt, wir haben zwei Container mit aber unterschiedlichen Environment-Variablen. Das heißt, wir können denselben, wir können dasselbe Image nutzen, um beide Container zu erstellen in quasi gar keiner Zeit, die genau dasselbe tun, aber verschiedene Environment-Variablen haben. Das ist ein Riesenvorteil, kann euch wirklich beim Deployment auch helfen und, ähm, ja, dieselbe App quasi für verschiedene Spieler, äh, machen, äh, verfügbar machen. Zum Beispiel, wenn ihr, sagen wir mal, ein, ähm, ein Browserspiel oder sowas habt, nur ein Beispiel, dann könnt ihr da mehrere Server haben und hier könnt ihr einfach in der Environment-Variable angeben, Server 1, Server 2, Server 3, Server 4, Server 5. Jeder davon sein eigener Docker-Container. Super praktisch das Ganze und man muss sie ja nicht anders starten. Die funktionieren ja trotzdem genau gleich alle, es sind nur halt verschiedene Server und brauchen deswegen einfach nur eine andere Environment-Variable. Der weitere Vorteil ist natürlich, diese Environment-Variable kann von niemandem gelesen werden, außer den Systemadministratoren. Das heißt, hier sehen wir auch tatsächlich, niemand weiß, was ich hier eingegeben habe und das kann deswegen auch ein Passwort sein, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie, zum Beispiel, eine MySQL-Datenbank habt, auf die ihr verbinden müsst oder Root-Passwörter oder so weiter habt. Die werden über solche Environment-Variablen angelegt. Genau. Und ja, das sind Environment-Variablen nicht unwichtig, sehr, sehr wichtig sogar, um genau zu sein. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.